Da denken ja schon wieder die meisten an den herannahenden Frühling. Ich meine irgendwie auch mit Recht, denn wir Menschen leben ja nun mal mit und von unseren Frühlingsgefühlen. Ich meine, neun Monate später zeigt es ja dann auch schon oft die ersten Konsequenzen. Sie wissen, was ich meine. Es gibt ja viele Steinböcke unter uns, nicht wahr? Apropos Steinbock. Wenn der kurz nach seinem Geburtstag im Januar so sein Winterfell abstreift, dann geht er ja schon wieder auf die Suche nach einem neuen Herzblatt im herannahenden Frühling. Ist doch so. Ich meine, man muss ja den Partnerschaftsanzeigen glauben, wenn man da des Öfteren liest. Herzblatt gesucht von Steinbock. Mit der Startnummer zwei Nina und Mike. Es war Freitagabend und sie sagte sich, vielleicht geh ich heute mal aus. Doch eigentlich habe ich gar keine Lust. Ich glaube, ich bleibe zu Haus. Da fiel ihr Blick auf das Inselrat. Ihre Neugierde wurde geweckt. Was ist das für ein verrückter Typ, der hinter dieser Anzeige steckt? Herzblatt gesucht von Steinbock. Magst du gern Pahilias Rind bei Kerzenlicht serviert? Herzblatt gesucht von Steinbock. Bei gefallem Herz und Liebe garantiert. Herzblatt. Herzblatt gesucht von Steinbock. Bin etwas ausgeflippt, ganz gut erhalten und noch frei. Herzblatt gesucht von Steinbock. Ruf mich einfach an und sag, ich bin dabei. Mit dieser Anzeige, da fing alles an und bald kannten sie sich ein Jahr. Es endete, wie kann es denn anders sein, als Braut war vor dem Traualtar. An diese Zeit, da erinnert sie ein fröhlich lachendes Souvenir. Ein kleiner Steinbock, sie heißt Christine und wird im nächsten Monat schon vier. Herzblatt gesucht von Steinbock. Bin etwas ausgeflippt, ganz gut erhalten und noch frei. Herzblatt gesucht von Steinbock. Ruf mich einfach an und sag, ich bin dabei. Herzblatt gesucht von Steinbock. Herzblatt gesucht von Steinbock. 25 Jahre sind sie im nächsten Jahr zusammen, sie fahren den Musikanten, Nina und Mike. Tja.